Ich habe drei Kinder großgezogen, konnte teilweise nur Teilzeit arbeiten und dementsprechend ist meine Rente. Ich habe gehört, dass man in Österreich erheblich mehr Rente kriegt und das müsste doch eigentlich bei uns auch funktionieren, denke ich. Man arbeitet das Leben lang, um sich dann mal schön hinzulegen und zu genießen, aber nicht mit Pfandflaschen sammeln. Das ist einfach super traurig. Also ich weiß nicht, so der Gedanke dran, dass mir das ja dann auch mal irgendwann blüht. Das macht Angst, aber wie man es lösen soll, weiß man halt auch nicht. Wir schon.